Jürgen Schuhmacher Neujahrsansprache vom Gemeindemann Jürgen Schuhmacher. Das im Jahr 2008 hat zum Motto Miteinander reden Gemeinsam geht's besser Klamm ist los. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass Jürgen Schuhmacher mit dem Motto den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Ich habe das Erfahrung. Wir hatten mal eine Phase in der wir nicht mehr so miteinander geredet haben. Es war die Zeit vom Geschlechterkampf. Eine feministische Welle ist über unseren Kohl hingeschwackt. Unsere Frauen, die uns sehr anständig waren, und wir konnten sie gut führen. Wir hatten auf zwei Schau blöd. Es war ein Spruch wie ein Fivimo stimmen. Und ich weiss noch was alles. Und jetzt wollen wir mal ein Lied selber. Und dann sind wir beim Chorproset gefangen und dann sind sie abgemarschiert und haben ein Lied eingestudiert. Das war ein Spanisches Freiheitsbild. Wir sind dann in Yassau, wie wir heute sind. Und dann hat Paul gesagt, was, dann können wir in Yassau sitzen, dann singen wir auch ein. Aber nur ein Spanischer Hüt. Jeder praktisch, oder? Wir singen ein polnisches Lied. Das ist eine gewisse Anforderung. Wir setzen die Messladen höher. Und dann haben wir das gesungen. Und Sie hören jetzt also im Anschluss die zwei Wäther. Zuerst gewann sie jetzt. Und dann haben wir das wunderschöne Rapper. Wir aus por den Leih Gigelirmi. Wir sind dann in ein kolach und hijos sollen sie das Wäther fünf. Wir MeaningCI. Wir sind daき. wir sind das Wäther schweizen. Wirف lymph, wir sind ein Center sehr wichtig. Du ja, du ja, du ja, du ja, du ja, du ja. Du ja, 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 du Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018